Achtung, da oben ist ein Schnecken, gell? Hättest du das wiederholt, oder was? Grüß dich Leiland, herzlich willkommen bei Big Cheers SeaWorld beim zweiten ASDS 2022 bei die, sieht man das irgendwo da hinten, Texas Pools in Land, im wunderschönen Salzkammergut. Die Abnahme hat begonnen, es ist dreiviertel acht, es hat in der Nacht einen extremen Wolkenbruch gegeben. Wir haben jetzt die Strecke noch einmal kurz übergegangen und haben versucht, alles wieder schön zu machen. Es wird ein spannender Bewerb. Ich freue mich, dass ihr dabei sitzt beim Video. Danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren, danke fürs Dabeibleiben und viel Spaß beim Video. Have fun by driving a sea. Ich habe Big Chief für dich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, so was wollen wir sehen? Okay. Stift. 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 Wuii. Das gibt ja noch ein bisschen Plüte. Haben wir auch, schön Motorhaube gedingen, was auch passiert. Neues nehmen wir. Wann wir? Ja. Ja, gleich. Kannst du mal nachher exerteln? Ja, ganz schön. Willkommen bei der ASDS in Lens. Wir haben schönstes Wetter, Wolken, es hat gestern geregnet, aber heute ist es perfektes nicht zu warm, nicht zu kalt. Und was wolltest du von dem Platz? Ist der Toll da? Voll geil! Und du? Daugt er, oder? Ja, voll! Ja, ich habe auch keinen Spaß gemacht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die haben schon wieder was gefladert da oben erst. Schau Leute, lauter Orgas, da muss ich irgendwo essen. Ja. Das war's, Kink. Haha. Jetzt? So, du sagst da. Da muss ich beim Durchgehen. Du musst aber runter auch da. Ja. 3, 2, 1, Start! Schön. Ich so gut. Kannst du machen? Ja. Ja, ja, Papa. Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht mehr geht, dann zack, zack. Ein paar Plätze ist schlecht, oder? Der Weg geht drüben. Beobacht, er muss nicht mehr runter. Nein, er muss da runter. Dann geht er einmal um den Baum und dann runter. So, du gehst. Ja, du gehst. Jetzt sind meine Arme, wie schön. Ja. Nimm ihn. Die Bälle sind schon flöten gegangen. Ja, ich kenne ihn schon. Ja, ich kenne ihn nicht mehr. Ja, ich kenne ihn nicht mehr. Ich kenne ihn nicht mehr. Sehr schön, sehr schön. Geh ich so. Ist das? Ja, ich kenne ihn nicht mehr. Ich kenne ihn nicht mehr. Du gehst über die Bälle. Untertitelung. BR 2018 Krab! Krab, oder? Das fahr aber nicht meiner, gell? Das fahr aber nochmal. War das 8,000? Nein, weil ich da gezogen habe, dann habe ich die ganze Kabel. Das ist länger. Da habe ich einen Drehbezug. Das kann ich nicht sein. Nein, trotzdem gefressen. Wenn ich das Kiel wieder hoch bin, dann bin ich gefordert. Und das war dein Föller. Alter! Alter! Jetzt noch einen Vorschlag. Den Luke Filmen ist immer da allstressig. Ich weiß nicht, dass du hier bist. Das war's. 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 Ich blieb. Komm mal zum Stoppen, bis es so schnell ist. 25. Was mit? Ein Fehler? Mit einem Fehler. Oh, was sagt der Lukasch? Geil! Machst du das, Uli? Ja, ist gleich. Ich bin jetzt nicht zufrieden. Wir machen ein paar Schuhen. Weil die Tieren stehen ja schon ziemlich sehr. Nicht mehr so, wie sie gehören eigentlich. Machst du das gleich mit dem Alex ein? Ja, oder du fährst aus. Genau, aber im Prinzip kann einer von Fuhren runterziehen und der andere hinten aufhören. Dann fahren wir wieder. Ja, ich sehe. Langsam ziehen. Langsam ziehen. Genau so gehört das. Teamwork. Komm, du rollst Maxi. Das schaut noch besser. Jetzt muss ich schon wieder schneiden. Ja. Aber du bist lang. Genau. 23. 30. 23. Super. Super. Komm weiter. Hier 손 innen. Na letille! AOK! Hierin. Die ist eine Utbilderung des Gl접ers. Langsam, die sind gerade nicht nur gesagt. Da limitations erhöht. Da wie viel Ingen? Das war's für heute. Ja, schon gut. Ich hab's auch gleich gut. Ja? Ja. Oder Sandflöcher. Untertitelung des ZDF, 2020 Was zwingt, wie ich da? Ich nehme dich nicht. Ich nehme dich nicht. Ja, aber es geht und es ist regelkomfort. Alles brav am Auto gewesen. Alles brav am Auto gewesen. Ja, ich komme, Stefan. Geh anfangen Sie von vorne. Die Kamera geht jetzt. Geh anfangen Sie von vorne. Geh anfangen Sie von vorne. Ja. Ich habe mich gehört. Ich habe mich gehört. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Ich habe einen Papagunger. Nein, ich habe einen langsamer. Das ist der Pferdbunsch. Weiß ich nicht. Ja, das ist ein Fakuten, das ist es. Okay, nja? Ich habe den Müttenberg vor einem Mütling von Stahnen hoch. Jetzt habe ich die anderen Federn. So, bitte. Sieh es einmal. Hört's? Jetzt wohnt. Boah. Sandfleisch. Ein bisschen besser. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Nein, nein, das kann ich noch nicht machen. Das haben wir noch gemacht. Das ist gut, ja? Das ist gut, ja? Die Bande ist offen. Heißt du, Filmer da voraus noch rein? Ja. Ja, jetzt schon, ja. Ja, jetzt schon, ja. Nein. Nur der Martin vorher. Gut. Da ein, ein Torfüller auch. Aber ansonsten brauchen wir. Na, hallo, oder? Das Uma Warte. Du bist da, dai. Na, drauf, dai. Wie haben wir? Ah ja, das ist jetzt... Ich bin so auf dem Rücken. 17 Minuten. 30 Minuten. Also 30 Minuten. Sind wir auch jetzt an? So. Ah, das muss man. Das muss man zusammen. Das muss man jetzt nicht machen. Das muss man schauen. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Ja. Ja. Ja, der fährt und fliegt nicht um, oder? Ja, da haben wir. Du hast die Zeugs oben drauf und fliegt nicht um, super. Verkehrszeichen bitte beachten. Ja, ja. Wird euch längst vorbei, ich weiß nicht. Genau, das sind die Träger, die schämsten Träger. Wie bei Wälder ist ein großer Schmuck, Fäuser auf dem Militär. Danke. Wie bei uns? Das? 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 Schau, dass du oben bleibst, weil wenn du noch mal rauf hast, ziegst du noch mal. Wer ist da vorne? Ja, das ist gut. Untertitelung. BR 2018 Jetzt kann man da drauf, dass er rot ist. Ja, aber er bleibt ja nicht stehen. Gottes Hand. Die Reifen. Denk ich jetzt nicht so tierisch. Kannst du noch ein bisschen laufen? Ja, vier. Und jetzt fahr vor. Vier, nur vier. Na, na. Du, aber es ist wurscht. Lass runter, fahr außen rum, weil das Ziel ist außerhalb. Da ist keine Bande mehr. Du musst ihn nur irgendwie runterlassen. Genau. Wenn du ihn irgendwie ansetzt, kannst du dann da sicher unter Rekstabeln von dem Windrad. Genau, weil er muss nicht unbedingt runterfahren, er kann ja fahren, auch durchs Ziel fahren. Das ist ja wurscht. Schau mal, ob der Pilot fahren kann, dass ich vielleicht wieder das Unterpark von dem Windrad. Ja, mal nicht aufpassen. Na ja, am Ende denkt man, jetzt ist es nicht so gut, wenn es jetzt rauskommt. Äh, kraft, kraft, kraft. Ja, das ist echt. Das geht doch mal. Na, warte mal. Ja, okay. Geht? Ja. Was ist denn alles? Es gibt es. Es gibt es. Ja, wenn du ihn von unten anschiebst... Ja, super. Das ist können. Darf er außen rum und dann durch. Passt schön. Das ist ein guter Meter. propaganda ist. Ja, vielleicht ein bisschen... Nein, nein. Nein, nein. Nein. Wir sind gekommen! Ich frage, wer ist noch ein kleiner? Ja, die sind gekommen! Der Flugmodus ist jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020